Was man durch Fleiß, Leidenschaft und Überzeugung im Leben alles zu leisten vermag, das hat ein Südtiroler bewiesen, der für viele Jahrzehnte die Landespolitik steuerte und sehr vieles in unserem Land bewegte. Man hat damals die Möglichkeit gehabt zu beweisen, ob man etwas im Stand ist in der öffentlichen Verwaltung etwas zu bewegen, weil Pfalzen, ich kann mich erinnern, 1969 haben wir nicht einen Quadratmeter asphaltierten Grund in Pfalzen gehabt. Dieser Film dokumentiert die Geschichte vom Aufstieg von Louis Thurnwalder, von der Kindheit auf einem Bergbauernhof bis hin zum Landeshauptmann von Südtirol. Louis Thurnwalder, am Montag um 20.20 Uhr auf Rai, Südtirol.